Hello everybody, here's Sarah. Willkommen zu meinem Übungsvideo über den Artikel THE. In diesem Video könnt ihr alles, was ihr in den zwei Lernvideos zum Thema THE gelernt habt, üben. Das heißt, ihr sollt unbedingt die Lernvideos über THE angeschaut haben, bevor ihr hier loslegt. Okay, lasst uns anfangen. Let's beginn. Um die Lösungen erstmal zu überlegen, drückt einfach auf den Pausentasten und dann wieder auf Play, um die Lösungen zu erfahren. Aufgabe 1 Exercise 1 Bei den folgenden Sätzen fehlt manchmal der bestimmte Artikel THE. Also, in welche Lücken setzt man hier THE ein? Und hier sind die Lösungen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com. Probiere es am besten.